Leute, da laufen wir richtig mal schöne Gassi-Runde im Stärkerader Wald. Ja, und was sehe ich? Ich habe meine Augen ja immer offen. Eine Birke. Da sind wir eben 500, 600 Gramm Chaga. Ja, bericht da her darüber. Wir laufen jetzt mal weiter. Das war schön an der Tannenbaum-Eibe, die auch im Winter schön geschmückt wird von den Erwachsenen. Ich will hoffen, dass die so ein bisschen botanische Grundkenntnisse haben, dass die den Kindern beibringen, dass die schönen roten Bärchen nicht unbedingt genießbar sind. Ja, mittlerweile natürlich auch hier, ja, stoppt den Krieg mitten im Wald, im Stärkerader Wald. Ja, natürlich, klar. Liebe, Liebe ist okay. Frieden sowieso. Aber, ja, Position eindeutig klar. Gehört hier nicht hin, meiner Meinung nach. Kann jeder selber denken, was er meint zu denken. Ja, also die Eibe, ich weiß nicht. Die Grenzfläche zur A3, die hört man da hinten oder sieht man vielleicht so ein bisschen. Das Flatterband, da haben sie ja alles eingezäunt, was für den Ausbau von der A3 hier weg soll. Ja, eben mal 5000 Bäume ist natürlich völlige Scheiße. Ja, Aktionismus. Jetzt liegt der ganze Plastik-Scheiß, der liegt jetzt hier im Wald rum. Ne, äh, das finde ich klasse. Ne, ich sage, unter Umweltschutz verstehe ich was anderes, aber ist egal. Ach, guck mal, da warten die beiden wieder auf mich. Haha. Jo, meine Lieben, da war der Sonntagsspaziergang, etwa an 482 Gramm. Ne, aber 100 Gramm, die werden, glaube ich, mit 15 Euro gehandelt. Ist ja egal, ist ja für ein Eigenbedarf. Ne, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und verbleibt wieder mit einem fröhlichen Glück auf und bis bald. Das war befürchtet!